Du willst die 100 Prozent, aber wir zeigen dir auch schon mal die 130 Prozent, die möglich sind. Und das ist das, was auch die Kunden natürlich wertschätzen und lieben. Das ist ja immer die Triebfeder, das Außergewöhnliche zu machen. Das sind natürlich auch Anfragen, die so speziell sind, wo große Leuchtenhersteller wahrscheinlich gar keine Muße haben, auch gar keine Prozesse haben, um solche Installationen umzusetzen. Diese Installation muss mindestens 10 bis 15 Jahre halten. Und das bedeutet natürlich auch da, viele Runden zu drehen, zu gucken, was funktioniert, welche Kleber funktionieren, was muss ich thermisch noch ändern, um Bauteile zu schonen etc. Viele Firmen beobachte ich über Jahre hinweg und gucke, wie sind die unterwegs, wie produzieren die, was haben die von der DNA, haben die wirklich auch eine Mission zu sagen, wir wollen Qualität liefern. Ja, es ist natürlich eine Kombination aus vielen Punkten. Es ist eine Kombination aus Design, die der Kunde natürlich sehen will. Dann muss es technisch funktionieren, dann haben sie vielleicht auch wieder Rückschläge, wo sie merken, verschiedenste Materialien arbeiten nicht zusammen. Geht nicht, gibt es nicht, sondern wir müssen uns da durchbeißen und die Anforderungen, die der Kunde hat, am besten noch toppen, wo er dann nachher sagt, da habe ich gar nicht dran gedacht, und da nochmal einen draufzusetzen. Und das ist natürlich schon ein Ritterschlag für große internationale Konzerne, die wirklich global vernetzt sind, die zigtausende von Mitarbeitern haben, Milliarden von Umsätzen machen, schon ein Ritterschlag, so etwas überhaupt umsetzen zu dürfen. Allein heartbeat. Gleichọt wieder. Ein Ritterschlag.